Servus, ich bin der Michi, das ist der Peter, wir sind SpurArt. Wir bieten Customized G-Snowboards und Splitboards an. Zusätzlich kann man bei uns im Rahmen eines Workshops auch seine Wintersportgeräte selber bauen. Heute wollen wir euch verschiedene Designoptionen vorstellen. Bekannt sind wir für unsere Holzoptik. Wir haben Vollholzfurniere wie zum Beispiel schwarze Makassar, African Makassar, Bambus oder Balisander. So wie did Ihr gilt für unsere Holzoptik oder Alten haben wir neue Übergfurniere? Besonders stolz sind wir auf unsere Vollcarbon-Ultralight-Bauweise. Wir bieten Touren, Freerider und Splitports an. Weiters gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, Holzfurniere zu veredeln, sei es durch Intarsien arbeiten oder Lasergravoren. Überdies gibt es noch die Möglichkeit, eigene Grafiken einzubringen und diese auf Topsheets zu drucken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017